Das soll jetzt nicht anstremen? Die wollten, dass ich gerade mein E-Mail-Adresse eingebe. Ja, das live anstremen. Jawohl. Ja, ist ja ein bisschen dumm, ne? Ja, Deutschland! HAAH! Äh, äh. Halt's Maul, noch nicht. Es gibt einfach Instagram, wirklich. Oh, da fuck. Ah, das ist dieser. Bitte halt die Fresse. Oh, dein Paket? Von NBA? Basketball! NBA hat mir ein Paket gesendet. Nein. Ich bin gerade eine Illusion. Nein! Was willst du überhaupt? In welchem Spiel? Ja, ich auch. Okay, Slap, Trap. Ich dann no stop. Ey, no stop. Ey, no stop. Ey, no no... Höh? Man kann sein Zimmer ändern? Man kann einfach Ambone-Ass-Katzen-Poster an die Wand-Tank für... Ja. Warum? Yuliliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliili ich hab mich da wieder zu viel ein boah alter du warst ja voll da noch nicht bei da warst ja bei Aldi ne ich und ich und Julius haben ja diesen Modus gespielt Ignat Freddy ne der ist schlimm gewesen lass mal Uno spielen lass mal Uno spielen machen wir den Uno rum –Beroma-Loneman synchron l receiver will you know your assistant meinerenalin 一下 oder meine tijd irgendjemand ist Nicholas ab und ich frag mNoiration wieder wer das ist du Julian ? sweet Wir sind mein UNO-Tisch! Ja, kannst du mal deine Mini-Eier chillen? Was ist das denn? Was ist das denn? Achso... 400 Wins! Chiliki-liki-liki, mein Lollipop! Hi! Mr. Beast! Hi! Hi! Was ist denn für den Spiel-Chat? Du musst ins Spiel-Chat tun. Warum Spiel-Chat? Ist besser. Ja, okay. Okay... Moment, Moment, noch nicht. Okay, geht das jetzt? Ah da! Okay. Game-Rules. Two-Stack. Oh, scheiße. Das stimmt. Ah, nur du kannst es machen. Wins 400 Digger. Oha, Digger. Oha, Digger. Ja, jetzt ja. Okay, 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 okay. Warte mal! Warte mal! Bleib am Schreiben, Junge! Hetz mich nicht! Höhe! Okay! Schönen wir als Start jetzt oder ... DAR! Ich bin am Schreiben! Ich kann deine Karten nicht sehen, chill. Wow, das ist locker eine grüne Acht. Ich muss die Karte angucken. Ja, Moment. Ich muss kurz meinen YouTube wieder öffnen. So, die Karte angucken. Ah, jetzt. Habe ich? Ja. Was ist das? Meine Karte gesetzt. Scheiße, ich muss glaube ich ziehen. Du weißt, dass du den Pfeil druckst. Ich weiß. Wahrscheinlich, weil du eine Karte hast. Du weißt, dass du auch ein blaues R oder so draufsetzen kannst. Ich habe keine Buchstaben. Du bist wahrscheinlich schon mal dran. Nein, das wollte ich nicht. Du bist jetzt. Jetzt bist du, weil ich kann nichts auswählen. Bin ich jetzt? Ja. Siehst du um dich. Tja. Was ist das? Bisschen Bastard. Hallo. Ja. Haha. Ich hasse dich. Scheiße. Hä, wann kann ich dich nicht setzen? Zuhu ich jetzt. Ich fahre dran. Du kannst permanent setzen. Ich kann immer noch nichts setzen. Ja, weil ich ziehen muss. Äh, Keep. Jetzt bist du dran. Es war 10.000. War mal rechts rücken. Hatt ich Fresse. Hatt ich Fresse. Hatt ich Fresse. Hatt ich Fresse. Lach mich nicht aus, das ist Schande. Warte. Hatt ich Fresse. Hatt ich Fresse. Hey. Hallo? Was ist denn so? Das ist so. Scheisse ich fühle. Das ist so. Hahahaha. Häm'ans hee. Da guckst du ne? Du bist. Achso. Schilligigigigigigigigung. wie zieht man er wird zum gestapel gucken dann wäre es play oder keep drücken also play ist wenn du die karte spielen möchtest oder nicht 0 sie verarschen 8 darauf steht sogar welche zahl das ist ja ja hat jetzt die karte bekommen dazu ja ja nein ist dran HONGE ja ja Schilickelicke 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 Du Piss Was ist das? Nur 9 9 Ja Ja Schilicke 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 Aaaaaaah Was ist das für ne Z? Oh die kann ich spielen Och Digga Oh no! Nein! Oh no! Jaaaaaaa Nein! Hahahaha Winner 450 points added What? Jaa Nochmal, nice Ah, er hat's wahrscheinlich schon Richtungswechsel Stimmt Let's? Let's check ich's Ok, ne 7 Oh, 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 oh guck hier, guck mal Hey Was ist das? Was hast du gemacht? Hahahaha Ich hab's gerade abgelegt Du nass im Sand! Nein! Hahahaha 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 Das ist der kind 1945 Los, du bist! Ich weiß Ich wende Christen! Das ist dreckig hey so recht so ein arsch wo ich würde gerade so komplett die tote schütteln die schwarze karte 1 2 7 1 2 7 3 kann man einfach nicht 6 das kann meine rettung sein was ist ein s macht das ich habe keine frage da fick dich doch ich stirb so alter wacht doch ich kann nicht ok das kann ich nicht legen das kann ich nicht legen ich kann gar nicht wissen uuuuhh nur 6 wenn es nur 6 ist was ist das jetzt was macht das ein s guck nochmal wenn man bei einem s nochmal ist ne da habe ich ja mickey das ist ja 1000 guck ist sad du guckst alter loebo du bist dran ich weiß hab aber grad nichts was bumm nein ewig geht auf dich du kriegst du keine 4 karten ne ich weiß es auch nicht hast du hoffen du bist so du sonnens ich kenn die ne du kriegst aber keine 4 karten boah die Karte für Karten sind lustig ich hab sie verloren nichts Leben locker die Karte die ich erzähle mach alles kaputt ist doch klar 1 1 6 kein 8 8 9 Wo ist die Karte? Warte hier, ich geb dir ein bisschen Denkhilfe. Warte hier, ich geb dir ein bisschen, ich geb dir ein bisschen. Mach mal alles an. Ok, das kann ich nicht, aber das kostet Geld. Ok, ok. Oh, pff. Es ist schön, dass es eine schwarze Karte ist. Ja, ich hab gerade nur geguckt. Eins. Zwei. Das sind zwei, guck da! Zwei. Jude 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 Jude. Ok. Nein. Wann zieht du, was? Warum kriegst du so viele Karten? Warum kriegst du so viele Karten? Das ist eine sehr gute Frage, ich weiß es nicht. Ja. Das täglich ist einfach immer gut. Ich kann nicht legen. Du bist dran. Du bist dran. Verarsch mich doch. Hallo! Ich will die Karte nicht. Ich will sie nicht ziehen. Oh, die Karte. Ist das eine blaue Karte? Alter, du bist da. Was? Das ist ein unnötiger.. Junge! Oh! Stack oder Dro... Stack oder Dro... Stack oder Dro... Was? Ich hab nur eine Wahl. Ich geh mal auf.. Stack... Jude! 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 Jetzt das zeigt dir ne Metal-Figure. Ach so, das ist ne 9. Wetten wir jetzt nicht, geh ich unter? Green! Geh auf Yellow! Nein! Challenge! Ich bin Blut-Sex! Ich störe mich wieder auf Challenge hinein! Das ist unfair! Er sagt, das ist unfair! Ich hab Angst! Ich will nichts! Ich will nichts! Ich will nichts! Ich will nichts! Oh! Ich will nichts! Oh no! Oh no! Oh no! Okay! Nein! Nein! Hä? Hä? Die 3! Save! Ich will die Karte nicht legen, ne? Aber ich muss die legen! Stopp! Stopp! Halt! Stopp! Ja! Ja! Nein! Ja! Das ist unfair! Das ist unfair! Halt schock! Nein. Nein. Tu, was du immer auch tun musst. Du Nazi, Alter. Und is the dream. Ja, der fickt mich doch, Alter. Ja. Fick dich, Alter. Fick dich. Fick dich, Fick dich. Nimm die Karte! Ich gehe anfangen. Ey! Ja. Ich will dich ziehen. Du musst ziehen. Du musst dir gerade alles kaputt machen. Digga! Ich geh jetzt auf Challenge. Ich riskier's. Ja. Nicht mehr Glück hab ich. Doch, lacht er. Da lacht er. Da lacht er. Da lacht er. Guck mal wie er da lacht. Nein! Ja, da lacht er. Ja. 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 Draw oder Challenge? Challenge. Digga. Digga, wie viel Glück hast du'n, du! Alles Lachen! Ja. Ja. Nee! Nun. Nein! Guck mal wie viel Glück hast du'n, du! Wieso? Wieso hast du so viel Glück? Ölgh! Ja, ok Das ist ne F Das ist für Sex, guck mal Oh yeah, oh yeah Nein, tu es nicht Bitch, du Nazi Ich bin der Zeichnstier, guck mal der Mittelfinger Du bist Mach doch Muscht mein Handy konzentrieren Ich hab ne wichtige Karte Hier, hier, hier Fick den Ja Fick den Wird das denn jetzt? Das ist eine Idee Ja Ja Wo hast du denn? Ja Ja Tu es nicht Nein, nein Ja Ja, Mann Da freut der Wichser sich, ja Hä, du bist Mach doch Ich weiß, ich suche ja auch gerade Schneller Ich wusste es Was hab ich alles für kacke Ja, guck da alles von der selben Farbe gefühlt Ha Ha Ja 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 hat da jemand keine blaue mehr ich will nicht ziehen ich will nicht ziehen ja alles ok halt die Fresse halt aber die Fresse oh ach DIGGA jetzt habe ich dich aber auch gut habt ihr Leben hör dir mal das in meinem Stream wie bist du ein Nazi denn DIGGA ich s propio ich klettere Oh NE 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 зан JAMAN ich habe immer noch ich habe ich kann auch wie ich diese kotze bekomme token store ja ich hab null ich auch aber ich hab die ganze zeit die points bekommen irgendwie muss man ja vielleicht einlösen auch hier points ah ja hier points kann man einlösen ich mach 120 doch nicht doch da points doch da points zu preis ja und die ökonomie kaufen wer hat kann man jetzt machen donations die folgten juli ist zu anlocken cool items in game wo sie meinten vielleicht mit dem kreator sein der entstand der band von zu serien tritt er hat beim siehe mit dem erneut hier die musikusen zu bepaßen jetzt mit dem stadt okay ich komme ja ich komme kurz die das haben wir denn ich werde für dieses ritter spiel weil anscheinend feiert das gerade jeder dann probieren wir das aus Privatmod in Weiz Bananensalat war der krass ready to start ich hab dir auch Katze gedacht Hi! Da! Erh ich kann nicht tanzen Start Game on Huh was? Wie Game on was? Game on Geh ihm aus! Du kennst von der Golden Trophy. Nimm das! Nimm das und das und das! Warte mal. Ja, komm, komm! Ist das so dumm. Kann man jetzt hier rein? Komm da! Akt 1. Seid mir nicht, wir müssen zusammen kämpfen. Oh, ist das dumm. Ist das so weinsam. Ist das so, Junge. Oh, oh, oh! Du hast ja einen Knockout, ne? Du Piss! Du Piss! Du Piss! Revive! Du Piss! Du Piss! Du Piss! Du Piss! Du Piss! 10 Tokens. 1. Game of the Day. Ja, ich hab nichts. Deine Schuld! Ey, du! Genau du! 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 Okay. Das ist so dumm. Game on! Das ist so dumm. Bogen! Bogen! Du! Bogen! Bogen! Oh, Franklin! Fires! Das heißt, wir dürfen uns irgendwie nicht selber abknallen oder was schlagen. Wir müssen also, ne? Wo hast du Pfeiler gefunden? Und endlich, hab Mann! Oh! ich schieße da extra nehmen keine sorge ok los wir dürfen uns jetzt aber nicht selber treffen oder so ist klar los ich kass mich auch auf geschossen Arschloch ja kommt doch noch jemand easy ok 7.000 punkten nächsten stage komm Next. Akt 2. Was? Oh mein Gott. Ich hasse dich. Keinen Gegner. Der Bogen ist einfach ober. Noch jemand? Oh. Oh. Okay. Versteh schon. Was? Wo? Immer. Oh. Das ist einfach. Naja. Ja. Ich hab das geschafft! Easy! Bogenschütze Hulk Hogan 19.000 Junge Acht 3 Was ist denn das? Schubs ist runter! Warte! Schubs ist runter! Chill! Nein das! Indiana Jones Out! Nein! Ich hab 2.000 Gold verloren Über uns Ja easy alter Ihr könnt einpacken ihr Lappen Ah! War nicht erst geweint Lick, 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 Lick Oh nein Luca, hilf mir Luca Ich hab die Zeit drücken NOOOOO Du tötest mich immer Das war ich nicht Friendly feiert Julian Stand da genau Mal Arschloch Ich hab die Zeit drücken Du warst am sitzen Ich kann nicht stoppen Was ist das? Ready to start Man braucht diese Tokens dafür Und die kriegt man fürs Level Up sein Also wir müssen ein zocken oder so dafür Ich hab die Zeit drücken 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 Out Wow Wow Oh 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 Ouch Ich hab die Zeit drücken 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 Ich hab kein Schwert mehr Ich hab kein Schwert mehr Ja Ich hab kein Schwert mehr dank dir Ja zu sein Wieso Ja Kein Plan Ich hab kein Schwert mehr Ja voll lustig ne Was soll ich jetzt machen Wo ist ich gut gehen? Da 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 Warum? ich hab doch Guck doch Ich bin schon schön BANG Ich bin Ballerlamp! Hahaha! Hast du das gesehen, Junge? Hier! Hahaha! Kommt doch her! AHHHHH! BAMBALA KAM! Alles abwehren, Junge! Ich kann alles abwehren für dich! Ja! Hä? Warte, auch du schlagen? Nö, eben nicht! Da, oder? AHHHHH! Aua! Aua! Ja, aber man... Das nervt mich, dass ich kein Schwert habe! Hier, hier ist es Schwert! Hier! Schnell! Da in der Ecke! Das ist Schwert! Da in der Ecke! Hier, hier, ich kann sie nehmen! Aber das ist dumm! Ich habe es falsch rum jetzt! Das will ich nicht! Aha! Jetzt kommt der! Besser kann Lukas zurück! AHHHHH! Erstmal Goldfarben! Guck mal, hier sind wir wieder! Du weißt, dass wir hier noch nicht waren, ne? Wir waren noch nie in Akt 4 gerade! Wieso? Hier ist Lava! Oh Scheiße! Hau rein, Alter! Wir sind stärkere Schwärter gewesen! Einfach die Ball! Aufsteinen! Aufsteinen! Zusammen! Ich hab' auch was! Na! Aua! Du musst... Ich kann die nicht holen! Hier liegen sogar Bogen! Trotzdem kann ich nichts! Aaaaah! Aua! Du musst... In die Lava mit dir! BAM! Kopf ab! Boss, komm! Da vorne ist noch ab, du hättest! Nein! Ich bin in die Lava gefallen. Ich bin wieder hier oben. Hi! Hi! Out! Ich bin wieder fast in die Lava gefallen. Mein Ding! Out! Doch, nicht mein Ding! Ey, du kannst ihn auf den Rücken schießen, lass deine Schwachstände! Du bist doch tot. Wow. Ehrlich? Oh, cool. Ich hab null Gold. Klar, klar. Ich hab null Gold, natürlich. Natürlich. Natürlich hast du kein Gold. Ready to start? What the hell are you... Next one? ich suche mal nach was anderes ok? Was haben wir denn noch so hier? Was spielt noch so die Menschheit hier gerne? Paintball 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 Drive in River Homestead In white Allah ist groß Junge Ja natürlich Jemand hat mein Snapchat geschrieben Allahu Akbar Ready to start Ich hab dir dein Gesicht gemischt Capture the flag Capture the flag Capture the flag Ja man Ich muss mal One Hits Ja was muss ich jetzt machen? Paintball ist anders Alter man ist doch nicht One Hits Er hat den High Growth Er nutzt das Ja! Du Hurensin Du Nazi Du Nazi Du Nazi Homo 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 Sklave Baster Ich hab mich Homo Aber dedication Homo 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 Ja, das war's für heute. Red flag taken, red flag dropped, red flag taken, blue team scores, red flag, 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 red Das ist unfair! Red Team score. Was? So ein knapper Scho- Ja! Haha! Red Flag, take it. Du schlubst aber nicht, du schlubst mich! Blue Team scores. Und das WR naar oder war! Kiitere StMb damit. Blue Flagitäten! Nage au Bruder, du schlubst du krokst! Oh! Das war's! Das war's! Das war's! Ja, 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 ja! Oh, oh! AHHHHH! Du BITCH! Ha! 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 Red flag taken. Ha! Blue team scores. Game over. Ha! Ha! You win! Where are you? Ha! Oh! Ha! Is that dumb, Junge? 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 Is that handschuhe? Was ist das? Halt, Stopp! Ich will noch ne Runde! Oh fuck, jetzt hab ich noch was Falsches gedrückt. Fuck! Was hab ich gedrückt? Was hab ich gedrückt? Hallo! Hallo! Junes! Wir sind grad am... Wir streamen grad in Rack Room, ne? Also nicht beleidigen, krass. Also nein, ja ok, wir haben eh schon verkackt. Wir haben ernstig geschrien! Hahaha! Äh... So was? Oh haha! Hi! Wir müssen einfach einladen, der kommt schon. Weißt du was einfach OP war? Auf der Map war ne Schrotflitte verteilt und ich hab die ganze Zeit so gegen dich gespielt, ne? Ja ok! Ja ok! Wuhu! Ich kann dir nicht das glauben! Bäm 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 bäm! Oh das ist geil! Oh wie geil! Wuh! Oh das Team Map riesig! Oh! Ich glaub ich bin Fortnite! Oh 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 oh! Ich crack die Nazis! Oh! Kötzigst du mich! Oh oh oh! Let's 3 9! Ich hab schon! Perfekt! Game on! Viel Glück! Capture the flag! Ja was meine Basis! Cool! 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 Ich bin zu zweit! Ich bin zu zweit! Ich bin zu zweit! Nein, schau dich auf! Nein, nein, blöde dich! Junus hat einen Sniper! Ja, ihr seid zu zweit, Mann, ihr seid zu zweit, wenn du mich hörst, das ist unfair. Ja, ne, das spuckt nicht, Alter, der, guck's dir an, Junge, nein. Blue Team Scores. Ja, ne, Alter, Junge, nein, ich mach nicht mehr mit, ihr seid zu zweit, ihr seid zu zweit. Red Flag Dropped. Red Flag Dropped. Red Flag Dropped. Ja, mach ich nicht mit, ganz ehrlich. Kannst auch gleich los Party gehen, wenn du so schmutzig direkt lachst. Digga, da geht meine Laune echt grad richtig runter, Junge, der eine mit dem Schild und das Sniper und der andere kommt durchgeladen mit einer Doppelpistole. Das bockt echt nicht, Digga, ne, so geht echt die Laune richtig weg. Echt nicht, Alter, echt nicht. Nee! Weißt du, ich wär doch noch so schmutzig ausgelacht, wenn der eine mit dem Schild und Sniper spielt und der eine Doppelpistole. ... 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 mann du kannst du kannst mir nicht sagen dass das schmutzig ist und ich dann dafür ausgelacht werde guck mal du kannst du eine doppelpistole und er spielt eine sniper mit schilds und ich werde ausgelacht weil ich verliere alles klar verstehe schon wir sind also sozial tschuldigung tschuldigung dass ich lebe alter ich will auch nicht dinge bekommen welche ja fragt junis alter ich wünsche dass er ja gerne mitmacht aber ich finde es gerade ein bisschen asozial von ihm aber wahrscheinlich werde ich jetzt wieder so sehr gehalten strich jetzt wasser so lecker stell dich mal hier vorm spiegel der kopf zu mir guck mal warte mal warte mal warte mal jenes warte mal guck mal sorry für meine laune aber du kannst jetzt nicht sagen dass ich dafür schuld bin dass du mit einer sniper und ein schild spielst und er mit einer doppelpistole was für menschen mit euch kann man einfach nicht reden ich geh jetzt weg von euch jetzt mal wasser kannst du mir dings so eine pistole geben dieser dings make up händer ja wie mach ich das keine ahnung ich kann hier was bauen ich baue jetzt ein smiley an meiner wand ich kann halt so eine utzi machen kann das sein dass du das foto als dein profil mit hast wo wir das was du da gemacht hast mit uns gegen den typen da in den da in den dings russ ja das gesehen er hat das gesehen warte mal warte mal warte mal warte mal wenn wir ja in einem trupp sind ne können wir ja auch werden wir automatisch mal mitgezogen richtig ja dann lass doch mal in den backrooms jungen und dann fixen wir dieses ding warte ich hab was herausgefunden in den zweiten level vom backroom ne ich weiß wie das geht das zweite level wir kriegen ja eine schraube ne und die schraube ist für das kaputte tor ich hab einen rocke jones wie kriegt man diese kolze kriegen die nie es dauert doch richtig lange echt jetzt ich bin ne transe alter jetzt und ich kann ich kann mich ich kann mich ich kann Sieht ihr das? Ja Seht ihr meine Hautfarbe? Abdull Okay komm Moment Nein, ich will noch kurz gucken Ich auch noch kurz Nein, sie sind alle nicht einer Party Eben Sekunde Ich muss mir eben mein Adolf Hitler-Kostüm machen Kann du für kurz Party abgemacht? Ich mach mich jetzt so breiten Kerl für die Back-Roops Jürgen der Typ Alper Und dann fetzen wir ihn richtig Ihr habt gemacht Sehen Wie komm ich Party rein jetzt? Ja, hier exakt Aber warte noch ein bisschen Ich möchte jetzt nicht als Transo da rein, Alter Junge, das regt mich grad auf, dass ich euch auf ein Ohr höre, ne? Weil ihr neben mir steht, das nervt mich voll Ja, ne? Bei mir ist das auch grad Ihr seid alle auf meinem Rechten Oh, ich mach das weg Ich hör euch gar nicht mehr Das ist doch ne Adolf-Frisur, Alter Das sieht man gar nicht Das hier ist ne Adolf-Frisur Na was zur Hölle Hände hoch Soll ich da mit nem Vollbart reinlaufen? Soll ich da so reinlaufen? Zick rein Zick rein Zick rein, Jungs Ich hoffe er jetzt so rein Guck, wie breit ich bin, Junge, hä? Stress Sieht aus wie in so'n Kevin, Junge Oh nein, das ist Helmut Dunkelmut ist das Nein, ich bin Dunkelmut Er, er, Dunkelmut Nee, jetzt Helmut Sorry, jetzt ich Helmut Hä, wie sagt ihr so ganze Outfits? Ich hab gar nichts Was ist das? Was ist das? Dass du auf Kostschmeiß drücken musst, ne? Ja, bin ich ja Ich hab schon so kack billig Outfits gratis Auf Kostschmeiß, ne? Ja Ja Ich selbst gut mein Outfits Und ich fühl's irgendwie gut Dig, jetzt mal Junge zum Ernst Wie lange hast du gebraucht für diese ganzen Kreuz, die du hast? Ich hab keine Ahnung Lange auf jeden Fall Okay, kommt jetzt Sekunde, Sekunde, Sekunde Äh Das, das ist mein Spiel jetzt Left, right, left, right Stopp Achso, sind wir, sag ich an, in deinen Trupp, warte ich mach den Trupp Warte ich mach den Trupp Ich hab schon Ich hab schon Ich hab schon Da lapp mich da mein Ich hab nix Ich hab nix Ich hab nix Ich hab immer noch nix Ich hab immer noch nix Die hatten die auch Mitteilungen Interessant nix Aha 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 Wird so angest Warum guck ich wieder letzte Depressive Arbeiter bauen, Arbeiter bauen Nehmt die Gewehre, nehmt die Gewehre zur Hand Fortnight Battle Pass Fortnight Battle Pass I just shit up my ass Nix Ich hab nicht gedacht, das ist ein Hallo Er hört ihr's nicht Hallo Sie schreien nach Befügt ihrer Pflichtindustrie Und rissen zwar auf Warsche Leute je nach mir Er steht bereit für die Argestion gegen dich und die Sowjetunion kann man hier noch was einstellen? warte mal kurz Level 0 das muss man kaufen warte mal sind alle Level hier und ich würd grad sagen ja, wir haben jetzt nicht es tut mir leid ich muss aber jetzt arbeiten Gehen wir rein? da warte ich hab mich ändern Hallo? Wollen wir das so machen im zweiten Backroom Level ich hole den Schraubenschlüssel weil ich will wieder mit ganzer Vorsicht rennen und schreien ja also das heißt ihr rennt dann fort zum Turnen ich renne mit ganzem Stolz hinterher Hallo? oh mein Gott es hat geklappt umarmung ich weiß nicht umarmung komm komm her buddy wo ist Yunus? Yunus? der hat die Einladung nicht angenommen warst du ein Idiot? ich guck nochmal nach oh scary ich bin mehr in der Party ey ey Junior 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 guck mal guck mal scary komm lass mal ein bisschen Fernseh gucken solange er nicht kommt noch nicht Fernseh gucken wieso kenn ich diese glockenmelodie wieso kenn ich diese glockenmelodie du musst sie wieder nicht du musst einfach die Einladung annehmen ey warte 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 Yunus 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 ich mach immer auf komm mal auf bitte Yunus erinnert dich das auch an diese Sportflop Folge Nein Draft Grakula ey wir sehen uns nehm die Gewehre nehm die Gewehre zu hand jetzt gehts los Leute Ich kann euch ein? Ich kann euch ein In mal diese Dings-Party da Also du bist doch schon drin Ach so bin ich schon Wer will eine Umarmung, ich umarme heute gratis, komm Ohne zu schlagen, eine Umarmung Jungs Komm Ja Ja Ich bin schwul Ich weiß Nimm die Gewehre Nimm die Gewehre Also warte, 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 für schnell, für Backroom Level 2 Ihr bleibt am Tor und ich renne mit dem Schraubenschlüssel zu euch Perfekt Bist du dumm, Alter Ist da Bert, Bert, hier ist nicht Schreien ist nicht mehr gefühlt Jungs, 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 Jungs Jungs, 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 Jungs Warte, versammeln Jos, kurz bei mir Hier ja, hier, warte Jungs, Jungs, Jungs zeigen Jungs, 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 Jungs Wusstest du Jungs, Kinder wheel, Jungs Wusstest du Dein Wie Bugs Wie Bugs Wie Bugs Wie Bugs Wie Bugs Arbeiter Barrowin und deine Mutter Ist da die Waffen, heute ist das Eile Ja ok reicht reicht Ich finde Yunus Bild immer noch eine Legende Ich finde einfach Yunus Bild immer noch eine Legende alter Er fotografiert wie wir da rennen Junge Es ist der Foto Ey Yunus Hast du uns eigentlich unter dem Foto markiert Wo du Foto gemacht hast Arbeiter Barrowin für die Ansklaverei Sind wir im Himmel Warte Warte Wir wissen ja eigentlich wohin Oder Warte Folgt dem Glatzköpfigen Hitman Hallo Hallo Warte mal Yunus Hallo krabbel doch Wieso feiert sich Yunus Er ist doch komplett vorne Falls was passieren sollte Jo krabbel doch Mach doch alter Nervt doch nicht so krass Es nervt Digga man ist passiv und man kann nicht durch jemanden durchkrabeln Was ist das eigentlich für fake Warte wie viele backroom levels gibt es Ich glaube es gab 600 irgendwas oder Boah scheiße Boah scheiße Es gab es endlich backrooms level Ich freu mich schon auf dieses Ja aber ich glaube wir wissen ja jetzt was wir machen sollten Also wird das nicht allzu schwer denke ich mal Jungs was geht Kann ja mal raus Schnell Du bist falsch gelaufen Du bist falsch gelaufen Julien Hä? Julien Julien Oh mein Gott hast du mich gerade erschrocken Wo lauft ihr hin Junge Hä? Das wissen wir auch nicht Junge ihr seid immer hier lang gelaufen Geradeaus kommt zu mir Orientiert euch schon meine Stimme hier Ich weiß Ich weiß Ja ich nicht Ja doch War das nicht hier? Ohja Ich mache es auf Achja Let's go Ich glaube Junis findet das Ende nicht Junis findet wirklich gerade nicht die Treppen ne wie dann geht das hier nicht noch hoch doch ich war ich war bei diesem dings heißt dass ich darf mit ganzem stolz das ding suchen gehen und ihr wartet am tor auf mich ihr wartet an diesem kaputten tor da vorne da ich muss bestimmt da mit diesem schraubenschlüssel daran und ich sehe euch gleich mit ganzem kann hier mal bitte mitkommen ich habe angst das alles dunkel ich habe angst ok du bleibst hier ich geh los du bleibend dort ne ich komme ich komme alles dunkel oh scheiße halt die fresse niemand redet mit dir ehrlich gesagt bist du hinter mir bin vor dir oh scheiße hinter dir ok vielen glück in deinem neuen leben hab eine schnelle mit dir repariert diese scheiße jetzt auf wir haben ihn auseinander genommen wir sind wir haben das ding genommen und sind direkt losgeraten das fährt ein auto es ist hinter euch repariert schnell wenn du kannst wie geht das einfach rein rein hier mach doch die scheiße auf mach auf es geht nicht mehr nicht mehr wo das ist es ist es ist es ist es er wird wir zusammen い Der Traumschlüssel ist despaunt! Geh wieder dahin, wo er war um! Ich geh wieder da gucken! Leg dir hier, leg dir den ab! Leg dir den ab! Ich geh ihn gucken! Der ist öffnet! Was für legt den ab? Der will meinen Arschloch spalten! Kommt rauf! Da kommt der nicht lang! Da ist alles zu! Hier ist alles zu! Oh! Ich hab mich in der Abkasse! Los, 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 los! Lauf, 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 lauf! Geh, Luca! Das Ding ist einfach despaunt! Ja, wahrscheinlich hast du den Schüssel weggeworfen! Hier ist auch Sarkasse! Geh, Luca! Perfekt! Oh mein Gott! Geh, Luca! Hey Junge, das ist... Kann man irgendwie das Level neu starten? Ich versuch's gerade! Viel Glück dabei! Bist du tot? Oh nein! Wenn ich noch nicht! Find something an den Garagentor! An den Garagentor! Am Garagentor muss was sein! Aufteil zum Garagentor! Was ist denn am scheiß Garagentor? Versuch's durch die Tür rüber zu gehen wieder! Geht nicht! Das geht nicht! Das geht nicht! Lachen wir uns! Lachen wir uns! Lachen wir uns! Ja! Am Garagentor muss irgendwas sein! Wir müssen uns aufteilen! Geht nicht! Hier ist nix! Wehhh! Wir müssen z Civilization... Wieso sagst du? Oh Gott das Ding! Spricht das Französisch? Ich glaub das ist Viabesisch! Ich versuche kurz weiter! Wind! Wind! Wollen wir nicht? Ja komm wir schildern uns! Komm ich will ihr umarmt werden Papa! Was war das jetzt? Umarm ich! Okay, bei level 00 rein! He? I'm sorry erkannt, es klingt Französisch! He man ich versteh's nicht! He was, he was sollte man denn da machen, he? Ja das hat ja geklappt aber auf ein... Hab ich's nicht! Weißt du was dann mach du es doch besser! Ich und Younes warten am Tor! Du holst den Schlüssel! Viel Spaß bei dir! Speech! Oh mein Gott! Hallo Jungs! Wartet doch! He 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 he! He he he! Younes! Younes! He he he! Ja du wartest! Danke! Ein toller Freund bist du! Warte mal warte! Warte wo ist Julien? Wo ist Julien? Wo ist, wo? Julien ist tot! Egal! Wir können auf Julien verzichten! Ja wir wissen ja wohin! Julien ist nicht so wichtig für uns! Warte! Peppy! Pfff! Dreckst schon! Ey Julien hörst du uns? Ja ganz leise! Wenn du mich hörst! Du gehst gleich ab! Nein! Nein! Halt die Fresse! Wenn du mich hörst! Dann gehst du gleich einfach alleine den Scheißschlüssel suchen! Du machst alleine das Tor, damit ich und Younes durch können! Was? Du gehst gleich alleine den Schraubenschlüssel holen! Ganz ehrlich! Und du machst das Tor! Doch! Keine Sorge das mach ich schon! Keine Sorge das mach ich schon! Okay wir warten am Tor! Okay! Ich hab den Schraubenschlüssel! Der Fick dabei ist! Wir dürfen halt nicht sterben! Sonst müssen wir mal neun... Nein! Junes! Ich liebe dich! Komm zurück! Der Fick dabei ist。 Hehe! Er ist doch nicht beschleunigt! Hey! Warum stoppt auf einmal die Musik? Was das für eine Scheiße! Ah hier! Ex-It! Ex-It! Oh schon! Man Exen! Fortnight Battle pass! Ciao! Hahaha! Boah, mein haas! Ich kotze hier gerade Stifte aus, Alter. Digger, er war einfach gerade Yunus, jetzt war er kurz Speed, er hat einfach auch Rrrr gemacht. God is good, God is great, God is good, hey, hey, ich glaube in Sila. Okay, bis gleich, God is good, ey, könnten Sie mir mal kurz sagen, wo der Arzt ist, ich hab Äbteläbti, ja, da lang, da lang, ja, nie da lang. Voll lustig, dass wir Yunus sehen, weil hier alles scheinen, du Hurensohn. Ja? 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 Ich hab mir alles geschafft. Ey, die haben wir alles geschafft. Ich hab gehofft, wenn das Tor ganz kurz aufgeht. Warte, ich guck gerade, ich guck gerade dahin. Das war mein Porsche. Da rechte jemand hinterher! Und das ist sie! Wir müssen uns schwiegen auf ihn direkt. Ja? 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 Ich bin, ich bin der Beste. Bob der Bobmeister hat uns gerettet Junge Junge Ich bin Bauer der Bobmeister Bauer der Bobmeister Ist der Bobmeister ne Bauer? Ich bin nicht gefallen wie der dritte Raum aussieht Ey Bauer Bobmeister was geht Was wird? Du hörst die Taschlampe Ich hab ne Puppe Was ist das? Was machen wir jetzt? Das weiß ich auch nicht Jeder geht in einen Gang rein Rechts, Mitte, ich links Was ist diese Bobme? Okay ich Mitte Wir sehen uns irgendwann Hallo, geh rechts Oh guck mal ich hab ne neuen Gamer PC gefunden Ihr Computer ist wehres Ich hab Computer 2 Junis, halt mal kurz die Fresse Da kommt was Ach Puh G Bless Wo geht's nur bei euch? Da kommt jemand, da kommt jemand Woh ne generational Lass Glan Glan Gl positioning G hyped Hier Ehe Ehe Oh mein gawd jamais Oh mein Gott, das ist richtig schnell! Ist es hinter dir? Die sind genau neben mir, ne? Irgendwie? Younes! Ich hab Angst um meinen Arschloch! Oh mein Gott! Was machen wir jetzt? Ah, es geht durch die Wand! Slide! Younes, slide! Oh, er ist weg! Hilfe, Hilfe, Hilfe! Slide sie durch, slide sie durch! Das hält es auf! Das hält es nicht auf! Ist das aufs Treppen? Habt ihr euch an! Habt ihr euch an! Oh, er zieht dich an Junic Stimme! Wo bist du? Go now! Go now! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, das Ding ist so teuergerannt! Das ist so ekelhaft, Alter! Das war so ne Puppe, so ne Spinnen! Haha! Alter! Was? 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 Jetzt wurde ich sogar dafür verhaftet, was das denn? Hahahaha! Ja, soll er mich? Fick mich einfach! Also was brauchen wir? Okay! Der Jungs dahinten! Der Jungs dahinten! Der Jungs dahinten! Renn, renn, renn! Jungen, lauf! Lauf! Einfach! Ich bin ja nichts! Jungen, wir dürfen es nicht anlocken! Punkt! Ah, Lopergini, der Wetter, du! Lopergini! Was ist denn? Waaah! Oh nein! Was ist denn? Was ist denn? Waaaah! Oh nein! Es kommt, es kommt, es kommt, es kommt. Es kommt, es kommt, es kommt. Es kommt, es kommt, es kommt, es kommt, es kommt. Es ist hinter uns, es ist hinter uns, es ist hinter uns Junus, Junus, nein, renn Junus, guck mal kurz hinter mir Junus, bitte guck kurz hinter mir Junus, bitte, Junus, bitte guck kurz hinter mir Es ist so knapp hinter mir, oder? Ach du Scheiße Rest in peace, rest in peace, rest in peace, rest in peace Junus, wir wollen das entlang, wir müssen uns aufteilen Wir müssen uns aufteilen Witzig, Junus, geh eh durch die Wand, was willst du nicht aufteilen? Ach du Scheiße Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hallo, hallo, ihr Computer Spirers Ist ihr los tot? Wie kann man eigentlich runtertauchen? Ja. Nein, aber mach das, ey, mach das Level, der Fisch ist bei mir beschäftigt. Der ist verpackt unter den Stairs. Renn. Das ist doch Schatz. Ich kann nichts machen. Du musst das Level allein machen, ne? Ich will, dass ich die Leidenschaften schaffe. Zähle einfach durch, entweder ja oder nein, aber ich kann nichts machen, was war es bei mir da? Ich komme ja nicht weg. Nicht mal, wenn ich Parcours mache. Ja, das ist doch so. Ja, das ist doch so. Bist du tot? was passiert was passiert digga soweit weißt du soweit es nervt mich eigentlich gerade nur dass ich hier Dings dass ich dieses wasser nicht weg hatte Wenn wir jetzt wieder Level 1 sind ne? Nicht das Level ja wir sind aber ein paar Level zurück Du kannst auf den Schlüssel suchen und ich gehe dann direkt die Farben holen Ja Okay hau rein softly bunt blüteam scores und blüteam scores Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Kann sich da nochmal reinlaufen? Freut es nicht! Ich bin out of map. Julian? Ja? Viel Spaß, ich bin out of map. Nee, da gibt es... Ich fahre auch in out of map. Kannst da bei einer bestimmten Stelle irgendwie wieder reinspringen. Was ist das für eine Stelle denn? Da kannst du irgendwo runter durchklappeln. Und jetzt drunter durchklappeln, kannst du irgendwo runter bringen. Jetzt bin ich ganz unten, jetzt kann ich gar nicht mehr hoch. Da, 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 Dea, Na,anya Atta. Cut doch 같이 zieh, nun bzw. Also 미안 PERCY Das war wichtig, aber jetzt RECEI Um, krank. 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 Um, krank.